Ich freue mich auf alle Reden, vor allem die, die des Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten. Bei uns wird nicht nur Klartext gesprochen, sondern ein Zukunftskonzept vorgestellt, mit dem wir uns klar unterscheiden von den anderen Parteien. Es wird um alles gehen bei der Bundestagswahl und Rot-Rot-Grün würde Deutschland in den Abstieg führen. Wir wären damit außenpolitisch isoliert, wir könnten auf die Herausforderungen in Europa gar nicht Bezug nehmen und wir könnten natürlich auch unsere Situation Deutschlands als Lokomotive Europas nicht weiter oben halten und verbessern. Deswegen wird der politische Mitbewerber immer eine Rolle spielen hier am politischen Aschermittwoch der CSU und wir werden die Unterschiede sehr, sehr klar auf den Tisch legen. Jetzt wird das, was wir sehen, heute ist ein Quiz. Vielen Dank.